Herzlich Willkommen im Sportpark hier hinter Gebäude 4. Im Laufe des Semesters zeigen wir und erklären wir dir vom Sportreferat Campus Sport und Calisthenics Frankfurt Übungen, die du hier im Sportpark machen kannst. Zusätzlich bieten wir dir die Möglichkeit, einmal die Woche individuell von Übungsleiterinnen und Übungsleitern betreut zu werden, um die Übungen zu lernen, dich zu verbessern und Fragen zu stellen. Und wenn dir das noch nicht reicht, bietet Calisthenics Frankfurt zusammen mit Campus Sport einen Gruppenkurs an, wo du richtig in die Welt vom Körpereigengewichtstraining eintauchen kannst. Alle Videos und Infos gibt es demnächst auf unserem Asta Instagram Channel. Sei dabei. Bis dann.